Hallo und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, Maxi. Ihr seht, es hat sich eigentlich nicht so viel getan. Da drüben ist immer noch der Elektrosophus und der Megalodon. Aber ich habe mir hier noch ein Boot gebaut, für den Fall, dass ich auch mal hier über Wasser irgendwo hin muss. Das kann ja doch öfter mal passieren. Was ich jetzt halt sehr gerne machen würde, ist erstmal nach Anglerfischen Ausschau zu halten, denn ich würde mir dann demnächst gerne einen Mantarochen zähmen. So, ich anhitsche dich mal. Hallo? Hat geklappt, ja. Okay, und dann versuchen wir mal irgendwo. Könnten wir hier drüber. Mit dem Hai? Ja. Sehr gut. Okay. Oh, der Hai hat 22 Level-Ups. Der bekommt jetzt erstmal sein Leben und dann hier ordentlich Milli-Damage. Und dann schauen wir doch gleich mal, ob wir hier unten irgendwo Anglerfische finden. Natürlich wird es auch, je weiter man runterkommt, immer gefährlicher. Es sind ja auch dann Aale und was weiß ich nicht, was da noch alles ist. Hier, Ammoniten. Und dann müssen wir dann schon aufpassen, wo wir hingehen. Das ist echt krass, was hier los ist. Vor allem nicht, dass wir dann... Da war ein Anglerfisch, ja. Ähm... Ja, nicht, dass wir dann hier von einem Elektrosophus oder so geschockt werden. Wo ist denn jetzt der... Ah, hier. Wenn dann unser Hai hier drauf geht, deshalb... Oh nein, ein Moser. Ein Moser. Level 80. Okay, der geht vielleicht sogar, oder? Können wir den schnappen? So von hinten. Mein Level 80 ist jetzt nicht so das krasse Level. Ja, ich mach dem sogar Schaden. Ja, sehr schön. Wir müssen halt aufpassen, versuchen, hinter dem zu bleiben, denke ich. Wir machen dem Cut überhaupt keinen Schaden. Aua. Ah, Mist, hier ist dieser Eingang. Okay, ja. Da kommt gerade irgendwie alles auf uns, habe ich so das Gefühl. Na gut, sehr viel Schaden macht er uns nicht. Dann machen wir ihm mehr Schaden. Deshalb will ich ihn jetzt auch einfach mal killen. Da seht ihr, ist unser erster Kampf hier unter Wasser mit einem Moser-Saurus direkt. Nein, 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 ein Aal, ein Aal, ein Aal, ein Elektrosophus. Oh Gott, oh Gott. Und noch Moser. Yo, wie, 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 wie können die sich denn so schnell hier regroupen? Das kann doch nicht wahr sein. Der ist Level 80, ist der andere? Auch Level 80, was soll denn das? Können wir nicht mal irgendwas stärkeres geben oder so? Uah, das sind die... ja, egal. Ja, kommt. Macht ruhig, solange ich nicht absteige, ist das okay. Ich krieg das schon hin. Dann bleiben wir eben mal kurz hier. Lassen uns halt schocken. Das ist nicht gerade das schönste Gefühl, denke ich, gerade für den Hai unter Wasser. Aber dann killen wir hier halt mal... oh, ein Sechshund hat er wieder. Kennen wir doch, oder? Das ist bestimmt mit unserem Verwandt. Okay, jetzt geht er weg. Wow, das Problem ist halt... ja, nee, das hält noch gut aus, sehr schön. Ich habe hier, das sind diese kleinen Schwärme, dass das hier so kriselt. Wo habe ich denn vorhin so eine Schildkröte gesehen? Die habe ich doch auch hier irgendwo gesehen. Das ist jetzt... ja, es ist nicht ganz ohne hier unter Wasser, muss ich sagen. Aber ich denke, wir finden uns schon zurecht. Das kriegen wir schon hin hier. Ich darf nur nicht so einen Schiss immer haben. Ich bin da halt echt... da manchmal ziemlich Schiss hier. Ah, sehr gut. Anglergel. Und noch ein Anglerfisch. Perfekt. Jo, ihr macht mein Hai nicht fettig. Der macht euch eher fettig. Hat es mal ab. Ich habe schon gehört, dass er einen Level-Up wieder hat. Und da kriegen wir dann wieder ordentlich Punkte auf Damage. Muss ich halt nur schauen, dass ich die auch treffe. Das ist halt mit dem Hai, finde ich, ziemlich blöd hier unter Wasser gelöst. Trifft ja kaum was. So. Sehr schön. Aber... also ich habe auch schon Anglergel. So ist es nicht. So ist es nicht, Freunde. Keine Sorge. Das Anglergel, das ist am Start. So. Komm schon. Ich bleibe jetzt einfach mal stehen. Ah ja. Ich treffe den. Sehr gut. Da kommen noch mehr Angler. Das ist super. Ach, der geht gerade wieder weg, oder was? Kannst du vielleicht mal da bleiben, dass ich dich killen kann? Na komm. Ach ja. Sag mal. Bist du nicht vorne abgehauen? Machst du das jetzt nicht gerade wieder? Das ist doch komisch. Bleib doch einfach mal da, bis ich hier zu Ende gekaut habe. Mann. Ja, sehr gut. Den kriegen wir ja. Ja, rückwärts schwimmen ist halt mit dem Hai auch blöd. Das wird nichts. Boah, wie viele Anglerfische auf einmal hier sind. Das ist ja krass. Komm, schnell lass mich den essen. Oh, sehr gut. Sehr gut. Also ich kriege schon das, was ich hier will. Das ist kein Problem. Oh, das hört sich unter Wasser alles so voll böse an, oder? Das ist halt echt nochmal ein ganz anderes Sound als über Wasser. Wie viel haben wir denn jetzt Anglergeld? 242. Ja, das sollte eigentlich auch für einen coolen Manta reichen. Ich hätte halt auch gerne hier... Der ist 220, der ist 360. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Mosa wäre auch geilo. Ich kann jetzt hier vom Hai aus nicht schießen. Das finde ich ein bisschen blöd. Sag mal, bist du nicht der, der mich geschockt hat? Ja. Hey, willst du grad was? Wolltest du grad was von mir? Hehehe. Ah, ich liebe es. Ich liebe es. Ich habe auch gar nicht mehr so unbedingt Angst hier unten. So, vier Level ab. Sehr gut. Ja, komm. Ja, komm her. Ich beiß dich. Ja. Das ist... Man macht dann, wenn man geschockt ist, auch nicht mehr so viel Schaden. Aber... Tada! Man muss dann nur mal kurz hinterher schwimmen. Dann ist es schon... Ach, da kommt der Nächster. Hier, Kollege! Du weißt, ich habe die gerade alle gekillt, ne? Ist ja echt fies manchmal. Okay. Mosa wäre schon geil. Ich habe aber nicht mehr so viel Pfeile. Das heißt, wir müssen erst mal... Ach komm. Zur Base zurück. Aber ich finde das gut. Das wurde anscheinend gefixt, dass man nicht mehr vom Dino absteigt, wenn man von denen gestunt wird. Oder ich weiß nicht, ob das bei den Quallen dann nur so war. Dass man absteigt. Da bin ich mir gerade relativ unsicher. Das war, glaube ich, die andere Base. Erst mal nach oben. Immer erst mal nach oben. Dann sehe ich ja auch, wo meine Base ist. Das ist sie nicht. Habe ich gesagt, dass ich das dann sehe. Hier ist so eine Schildi. Die können wir mit diesem Schwamm zählen. Wo war denn jetzt? Da. Da kriselt es überall. Können wir den mit hochnehmen? Lass uns das mal eben probieren. Und wie das hier ist? Ja, hier. Da ist der Schwarm. Oha. Der folgt aber nicht lange. Könnt ihr mit? Seid ihr grillen? Was seid ihr? Irgend so was in der Art. Pack-Heat-Fisch-School. Okay. Boah, bis wir da bei der Schildi angekommen sind, ne? Ah, da kommen schon wieder alle. Sag mal, ihr habt wohl das Trompetschen nicht gehört hier. Ich bin der große weiße Hai. Große böse weiße Hai meine ich natürlich. Ja, ja. Chillt mal. So. Alle weg. Alle weggenatzt. Ah, und da ist die Schildi. Aua. Ja, kommt ruhig mit. Ihr kleinen Racker. Ich weiß auch nicht wie viel von den Schwärmen die dann brauchen. Eigentlich wollte ich ja auch was anderes zähmen. Das ist jetzt Level 100. Ich will sie ja eigentlich erstmal so als Plattform. War das nicht da, wo man die Plattform dann drauf basteln kann? Na komm. Kommt schon, ihr kleinen Süßen. Das ist ja echt relativ nervenaufreibend. So, da ist die Schildi. Kommt ihr noch mit? Ja, ne? Komm her, Schildi. Ich hab hier feines Happi. Feines Happi. Feines Happi. Aua, aua, aua. Komm schon, das ist für dich. Hier sind sie. Habt ihr extra mitgebracht. Ja, dreh dich nochmal. Die kriegt das schon mit, dass das hier ist, oder? Guck mal, für dich. Ja. Ja. Dreh dich. Und? Okay. Hätt ihr die jetzt gegessen? Nee. Ich denke, ich muss die nur dazu bringen, dass sie die frisst, oder nicht? Oder die Dinger zu ihr bringen. Soll ich die jetzt fressen? Kommt das für dich? Ich ess die Dinger nicht. Okay, da muss ich wohl nochmal nachschauen, wie das jetzt konkret funktioniert mit der Schildi. Ist aber auch verloren hier. Wie weit sind wir denn schon wieder geschwommen, ne? Ich weiß ja ungefähr, wo meine Base ist. Das ging nämlich das letzte Mal mit dem Markieren nicht mehr. Deshalb hab ich da noch keinen Markierungspunkt für meine Base. Aber das müsste so die Richtung jetzt sein. Oh, schon wieder ein Level ab. Ist doch schön, oder? Problem wird jetzt sein bei den Mantas, die zähmt man ja auch passiv. Ähm, hier ist die Border. Ja, die zähmt man passiv, dass sie mit dann angreifen. Da. Da. Ne, da. Hä? Base? Das ist ja nicht das Richtige. Ich bin mir grad unsicher. Doch, ja. Habe ich nur nicht gesehen von Weitem. Okay. Aber zum Manta zähmen brauche ich dann theoretisch keinen Hai. Äh, der greift dann den Mantanor an. Hitch. So, du bist jetzt auch angehitcht. Aber das Anglergel nehme ich dir mal ab und die Pfeile nehme ich dir auch mal ab. Super. Und jetzt schwimmen wir direkt hier rüber. Zack. Und ziehen uns erstmal das an. Das müssen wir eh reparieren. Ich hoffe, ich habe genug Zeug zum Reparieren da. Aber es sieht gut aus. Sehr schön. Perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. Mantagel kommt da hinten rein. Ja, schwierige Sache. Ich habe ja auch noch hier Zeug für Pfeile dabei. Aber ich habe gesagt, heute will ich einen Manta und dann will ich heute auch einen Manta. Das ist ja nur die Frage, wo der dann, also wo wir den Manta jetzt finden. Das ist dann, aber ich habe hier auch schon mal bei mir direkt Mantas gesehen. Die waren jetzt gar nicht mal so weit weg. Wie weit kann ich hier ins Wasser gucken? Nicht so weit. Nur sind die ja eigentlich auch so ziemlich fast an der Oberfläche, würde ich mal sagen. Ah, okay. Da unten sehe ich jetzt doch relativ viel. Okay, da ist noch ein Glitch. Die sollten wir auch irgendwie versuchen immer mitzunehmen. Ich weiß nicht, wie gut wir die dann hier immer finden. So. Noch ein bisschen über den Glitch fahren. Damit wir dann auch direkt einfach nur runterschwimmen müssen. Und vielleicht sehen wir dann ja beim Runterschwimmen auch so einen Manta. Na, die sind halt einfach ultra schnell. Problem bei denen ist aber glaube ich, dass die auch nicht viel aushalten. Da. Da ist einer. 180. Also der sollte dann schon wenigstens ein bisschen viel mehr aushalten. Ah, und da ist eine Mission. Also so ein Missionspunkt. So. Ich habe halt noch gar nicht so geschaut, was wir jetzt hier an Missionen hätten. Äh, was wir da jetzt an Dinos brauchen würden. Das wäre vielleicht cleverer, oder? Freunde, was meint ihr? Wie, wie habt ihr das hier gemacht? Habt ihr einfach erstmal drauf losgezähmt, was euch an Wasser Dinos so vor die Arm rausgelaufen ist? Oder geschwommen? Oder habt ihr erstmal nach den Missionen geguckt? Wir können ja mal, äh, follow the checkpoints to your target. Oh ja, wir brauchen auf jeden Fall einen ordentlichen Dinos. Make all the right see those and see don'ts, see do's and see don'ts in this race above and below the waves. This race has no margin for error. Okay. Da haben wir auf jeden Fall einen Rochen oder einen Manta. Dann Retrieve Teeth from a school of Toofy Megalodons. Ah, okay. Track down a Moser. Dann, wir brauchen auf jeden Fall einen Moser. Search the deaths for a nightmare to the totes. Ja. Hide and think. Haha, tour the beauty of the reefs. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall einen schnelleren Dino. Bottlenose blitz and all out sprint to see who's fastest. Cyclones and reefs blocking the way. Yay. Okay. Ist auf jeden Fall cool. Protect the growth of sea turtles. Ach, cool. Echo of a classic. Keep echo the dolphin safe. Sehr schön. Und one tough another dive beneath the waters. Ah, okay. Okay. Und das ist dann... To battle murder. 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 Das ist auf jeden Fall der erste Boss. Oh oh. Haha. Aber ich denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Glitches haben wir jetzt schon sieben. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Manta, um schnell zu sein. Das ist doch relativ egal, oder? Welches Level der nun letztendlich ist. Ich hätte mir vielleicht Flossen noch anziehen sollen. Na egal. Hallo. Ja. Ja. Okay. Ja, jetzt mag er mich. Jetzt mag er mich sehr. Kommt auf jeden Fall noch hinter mir her. Ich hoffe halt, dass wenn ich auf dem Boot hier bin, dass der mir dann eh nichts tun kann. Dann warten wir bis der wieder weiß ist. Platsch. Jetzt geht er sowieso weg von uns. Aber wir müssen halt warten. Das Problem ist halt auch mit diesen... Wann haben die wieder Hunger, ne? Das ist dann gleich das nächste Problem. Ach, ich muss das hier anlassen. Oh, jo. Habt ihr das gesehen? Da hat's kurz gehangen. Und oder auch nicht. Ja, okay. Er hat noch keinen Hunger wieder. Aber er folgt uns auf jeden Fall wieder. Problem ist, da können wir ihn nicht füttern. Bis hier noch auf Center war das glaube ich, wo wir die Manta Falle gebaut haben. Das war, denke ich, relativ klug so eine Falle zu haben. Und nicht mal was zu essen mit. Und jetzt habe ich gleich Hunger. Das ist doch Mist, oder? Aber ich will hier nicht irgendwo jetzt auch noch alles zubauen. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, hier zu bauen ist allgemein nicht so einfach. Komm, hier. Ach, komm. Ja gut, immerhin er verfolgt mich grad nicht. Aber ich darf ihn halt echt auch nicht aus den Augen verlieren. Das ist das Blöde mit dem, wann ist er wieder hungrig. Aber Freunde, das kriegen wir alles hin. Ich werde das Spiel jetzt hier noch ein bisschen treiben. Und hoffe, ich melde mich dann mit einem Manta wieder. Freunde, nochmal ein kurzer Einwand. Schaut euch das an. Das Spyglass, das zeigt mir an, ready to eat. Das heißt, wenn der jetzt gleich weiß wird, dann kann ich dem wieder was zu essen geben. Tja Freunde, ich würde mal sagen, das ist schön schief gegangen. Mein Manta ist weg. Der hätte noch einmal fressen müssen. Und jetzt ist er weg. Das nervt mich echt so total. Und ich muss mich jetzt erstmal irgendwo hin potten, wo ich Essen habe. Das ist echt so nervig. Freunde, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Auch wenn der Manta jetzt nicht unsere ist. Vielleicht finde ich ihn noch wieder. Ich schau dann mal. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Und tschüss. Montage. Nü jumpscare. Ich wäre eine an. Tschüss. Ich bin ganz schlimm für die würde.